Ein Notruf wegen häuslicher Gewalt führt Tom Meier und Muri Demir nach Köln-Weidenpäschen. Offenbar hat einer der Beteiligten bereits das Hab und Gut aus dem Fenster befördert. A041337. Von da oben ist es gekommen. Das sieht aber noch Frauenklamotten aus, ne? Ja, sind vor Ort aus dem Kfz. Komm, dann gehen wir mal gucken. Dürfte ja jetzt nichts passieren. Wir lassen die Sachen erst mal liegen. Klären das mal vor Ort, was hier die Sache ist. Gebel war das, ne? Gebel. Warte mal, ich kann mal klingeln. Da steht's. Ja, hallo. Wohnen Sie hier? Ich schätze mal, nee, ich wohne hier nicht, aber ich wurde hier hingerufen. Von wem? Von dem Alexander. Der hat über Sabinas Handy geschrieben, dass ich sie abholen soll, weil er hat Schluss mit ihr gemacht. Aber sie will nicht aus der Wohnung gehen. Wie heißt der mit Nachnamen, der Alexander? Gebel. Gebel. Genau. Da wollen wir gerade hin. Wir gucken mal. Sie bleiben mal unmittelbar in der Nähe, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen mit Abstand. Wir wollen uns erst mal ein Bild drüber machen. Wir haben nämlich... Falls Sie sie brauchen sollten, dann können wir Sie immer noch hinzurufen. Wir haben nämlich gehört, häusliche Gewalt sind wir gerufen worden. Und Sie sind die Freundin von dem Alexander? Nein, von der Sabine. Von der Sabine, so war das. Ja, genau. Genau. Genau, machen wir die Tür auf. Hier ist die Polizei, machen Sie die Tür auf. Hallo. Hallo. Alles gut bei Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Kommen Sie rein. Ja? Ja. Okay. Sie haben hier eine Verletzung, oder? Wissen Sie? Brauchen Sie einen Arzt? Sie haben eine Verletzung. Gehen Sie mal ein Stück nach hinten, gehen Sie mal in den Raum mal rein, haben wir ein bisschen mehr Platz. Äh, war das hier passiert, war das hier zu Bruch gegangen? Wir wurden jetzt zu einer häuslichen, ähm, häuslichen Gewalt gerufen. Ja, gut, dass Sie hier sind, also, ähm, hier ist, äh, Sabine, äh, ich hatte mit der, ich hatte mit der mal was gehabt und, äh, aber sie will jetzt nicht gehen und weigert sich, und weigert sich jetzt, das Haus zu verlassen. Okay. Sie wohnen aber hier, oder? Ja, ja. Das heißt, es ist nicht mehr Ihre Freundin jetzt, die Ex-Freundin? Nein, nein, nein. Die will, mit der will ich nicht mehr. Ah, Larissa! Ja, wo ist denn Sabine? Die ist da drin, hat sich eingesperrt. Okay. Dann, wir versuchen mal ein bisschen, auf Sie drauf einzureden, bleiben Sie mal kurz mal im Hintergrund. Sie ist wo, hier, oder? Ja, die hat sich da eingesperrt. Ahnung für die Schreibtin 37. Oder hier links von mir? Nein, die ist geradeaus durch. In dem Zimmer. Wie heißt sie? Sabine. Mach mir eine Ema von Herrn Gebel, Alexander. Sabine? Ja? Hier ist die Polizei. Würdest du einmal kurz bitte aufmachen? Achso, Polizei? Ja, weil wir hier zu einer häuslichen Gewalt gerufen worden sind, anonym. Und wir würden uns jetzt gerne mal mit jemandem unterhalten wollen. Kannst du mal bitte mal aufmachen? Nein, ich bleib hier. Ich komm hier nicht raus. Ja, warum willst du denn da nicht rauskommen? Ich verstehe das jetzt nicht. Wir sind vor der Polizei und wir wollen hier helfen. Ja, anscheinend ja nicht, weil die Klamotten ja quasi aus dem Fenster geflogen sind. Ich glaub nicht. Alles okay. Mach mal kurz bitte mal auf. Herrgott, mach die Tür auf, Mann. Hey, was soll denn denn so scheiß? Wieso lesen nicht? Nur zwei Möglichkeiten. Ja, mit. Moni, ich hab jetzt noch überprüfen lassen, ob der Herr Gebel auch hier tatsächlich gemeldet ist. Also der ist gemeldet, sie ist nicht gemeldet. So, guck mal, nochmal die letzte Ansage. Das ist auch nicht böse gemeint. Wenn du aufmachst, dann können wir über alles reden. Dann können wir auch vielleicht sogar helfen. Ansonsten müssten wir vielleicht sogar versuchen, die Tür gewaltsam aufzumachen. Und das wollen wir nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Sachen beschädigen. Wo ist denn Alex? Der Alex steht hier unmittelbar in der Nähe von uns. Herr Rötter Typ, komm, ich will mit ihm reden. Der steht ja an der Tür. Wenn du die Tür aufmachen würdest, würdest du ja sehen, dass der Alex auch hier ist. Komm. Die soll einfach den Affenzirkel... Sabine, öffne mal die Tür. Wir machen das anders. Wir holen die beste Freundin. Genau. Kommen Sie her und reden Sie mit ihr. Sabine! Deine beste Freundin ist auch hier, ja? Sabine? Sabine, komm doch mal bitte raus, dann kann man vernünftig darüber reden. Wir können jetzt im Prinzip, wenn du reden magst, dann würden wir auch gerne mal über die Situation reden wollen, wie es überhaupt hier zustande gekommen sind. Uns wurde nur gemeldet, häusliche Gewalt, Sachen fliegen aus dem Zimmer oder aus dem Fenster, liegen unten. Ja? Er hat eine Verletzung, die Sachen liegen auch hier, ist es zu Bruch gekommen. So. Jetzt würden wir vielleicht mal deinen Sachverhalt machen wollen, wie es eventuell zustande gekommen ist. Wir sind zusammen und glücklich und ich verstehe die Welt überhaupt nicht. Auf einmal macht er hier Schluss mit mir und ich dachte, wir lieben uns und ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Dann haben wir ja was Gemeinsames, weil wir wissen es ja auch nicht so ganz genau, ne? Die hängt an mir wie eine Klette, die soll einfach das Haus verlassen, dann ist gut. Okay, das ist... Moment, das ist richtig, Sie sind innerhalb des Hausrechts. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, Sie müssen jetzt das oder die Wohnung verlassen. Ja, egal ob jetzt mit Ihnen den Schluss gemacht hat oder nicht. Das ist nun mal die Gesetzeslage und wenn Sie das nicht machen, begehen Sie Hausfriedensbruch. Ja? Das ist eine Straftat. Ich habe auch alle meine Sachen hier und ich bin auch schon die ganze Zeit hier. Die sollte packen und raus. Apropos Sachen. Haben Sie die Sachen rausgeworfen aus dem Fenster? Waren Sie das? Ja, es tut mir leid, das war vielleicht nicht ganz richtig, aber... Das war sogar sehr falsch, ne? Sie wissen ja, da drunten fahren Autos. Wenn das jemanden auf die Windschutzscheibe fällt und er baut hier einen Unfall, sind Sie mitverantwortlich. Es tut mir leid, ich habe vielleicht überreagiert, aber... Definitiv. Definitiv. Wie ist es zu der Wunde gekommen, da an der Stirn? Sie hat eine Tasse nach mir geworfen und da hat ihr alles zertrümmert. Eine Tasse nach Ihnen geworfen? Ja. Eine weitere Straftat. Das war nicht so gut. Wollen Sie die Anzeige erstatten? Nein, nein. Wenn sie geht, ist alles in Ordnung. Sie wollen keine Anzeige wegen Körperverletzung machen? Nein, ich bin froh, wenn sie geht. Nein, jetzt geht, geht, geht. Lass uns doch noch mal reden. Bleib doch lieber hier. Lass uns lieber runtergehen. Manchmal, manchmal... Sie haben gesagt, er erklärt mir Ressources und ich bin jetzt rausgekommen und er mir erklärt Ressources. Ganz ruhig, jetzt nicht so extrem emotional darauf reagieren. Er hat im Prinzip gesagt, er möchte eigentlich mit dir nichts mehr... Es hört sich jetzt ganz schlimm an. Er möchte mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Das ist ein gutes Recht. Ich weiß, es tut weh. Ja, aber wir können uns jetzt erstmal so ja, ich sag mal, verständigen, dass wir sagen, du nimmst erstmal deine Sachen, die du eben halt brauchst, ja, packst vielleicht zusammen oder wie auch immer, schläfst eine Nacht drüber. Ich denke mal, vielleicht unterkommend bei Ihnen. Auf jeden Fall. Ja. Nach der nur zweiwöchigen Beziehung wird die junge Frau hoffentlich bald über die Trennung hinwegkommen. Vor dem Haus zeigt sich jedoch, offenbar hat noch jemand eine offene Rechnung mit dem Herzensbrecher. Komm rechts von hier. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Was ist denn los, Herr Schafften? Ja, ich muss zum Alex. Nein. Zum Herrn Gebel? Ganz ruhig. Ja. Warum, was denn los? Ja, sehen Sie mal her. Das ist meine Schwester und das ist der Alex. Was? Was soll der Quatsch? Das ist im Internet. Schauen Sie mal her. Sie sind wer? Er hat's aufgenommen. Sie sind wer? Ich bin, äh, Jana. Jana. Jana ist? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ihr Bruder. Ihr Schwester. Das ist, das ist Ihre Schwester und das ist der Herr Gebel. Richtig. Er kann was erleben. Das, 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 das geht ja gar nicht. Was heißt das für uns, wir gehen kurz nochmal hoch? Äh. Was mich aber erstmal interessieren würde, ist das gegen Ihren Willen veröffentlicht worden? Ja, ich hab nie was davon zugelassen. Ich wusste das nicht. Okay, alles klar. Sie können das, glaub ich, ausmachen, ne? So. Das heißt, es ist gegen Ihren Willen aufgenommen oder beziehungsweise ohne Ihr Wissen aufgenommen und ohne Ihren Willen veröffentlicht worden. Ja, ich hab, er hat mir einfach einen Link geschickt und dann hab ich dieses Video gesehen. Sie waren mal zusammen in einer Beziehung oder jetzt nur für einen One-Night-Stand oder? Nein, wir waren zusammen. Sie waren zusammen. Okay. Gut. Dann machen wir das Spielchen nochmal, gehen wir hoch. Vielleicht freut er sich, wenn er uns nochmal sieht. Plötzlich geht es um wesentlich mehr als eine unschöne Trennung. So hat der junge Mann tatsächlich die Sexvideos seiner Verflossenen online verbreitet. Würde heißen für uns? Schlafzimmer. Wir wollen das Schlafzimmer gerne sehen. Können wir? Sprich nichts dagegen? Gehen Sie mal ruhig vor. Oh, nee. Das geht nicht. Warum? Gehen Sie mal zur Seite. Zwei Möglichkeiten. Gucken wir mal. Die erste Möglichkeit ist, dass Sie dem zustimmen. Die nächste Möglichkeit ist, was der Kollege auch gesagt hat, dadurch, dass wir hier eine Straftat vorliegen haben, haben wir auch die Möglichkeit, da auch jegliche Räumlichkeiten nachschauen zu halten bzw. auch reinzugehen und zu gucken. Können Sie suchen. Wollen Sie die Antwort A oder B? A oder B? Genau. Das ist wahrscheinlich ein Programm, womit man halt irgendwelche, ja, aufgenommene Videos oder Filme oder je nachdem bearbeitet wahrscheinlich, ne? Zu den Vorwürfen der Polizeibeamten schweigt der Verdächtige. Die Beweise sind allerdings eindeutig. Herr Gebel, wir müssen jetzt das nicht durchdiskutieren. Wir haben Sie jetzt aufgeklärt. Sie leben auch nicht auf dem Mond. Sie verfolgen bestimmt auch die Nachrichten und Medien. Und Sie wissen ganz genau, wie sensibel das gehandhabt hat, gerade in Deutschland. Recht am eigenen Bild, ja. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches. Ja, Sie können ja nicht irgendwie Leute hier filmen und dann, gerade bei so sensiblen Sachen, ne? Und dann das irgendwo im Internet verbreiten und damit noch Geld verdienen möglicherweise, ja? Die haben es doch selber gewollt. Gut, wir haben jetzt genug gesprochen. Gehen Sie bitte kurz raus. Mein Kollege stellt den Laptop sicher und die Karten. Jetzt brauchen wir aber definitiv Platz hier. Treten Sie etwas zurück. Der junge Mann muss sich wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs vor Gericht verantworten. Gericht. Gericht. Gericht.